Herzlich Willkommen bei einem zweiten Video von Casino LP und jetzt geht's weiter! Mhm. Ey, was willst du mit meiner Fähne? Alter, was ist das für ein Scheißteil? Falls ihr euch den ersten Part nicht angesehen habt, das ist uns ja T2 und wir sind hier gerade in so einer Kackstadt und wissen nicht, wie wir weiterkommen. Und wir hoffen, ihr kommt auch zu unserem, ihr guckt unser anderes Video auch an. Und falls ihr es wisst, könnt ihr es in die Comments schreiben. Also, wie wir hierher gekommen sind, seht ihr im ersten Part. Es wird ganz toll. Warte, beim ersten Part stand hier irgendwo, ich kann hier auch klären. Ah, ich hab's gefunden, Motherfucker. Äh, ich würd's auch irgendwie sagen, sollen wir da auch? Mussen wir, müssen wir. Ich hatte das schon mal gespielt, damit ich das prüfen kann. Hä? Da kannst du das nehmen. Ich muss das. Äh? Nimm das doch! Das bringt mir nichts. Okay, ich muss irgendwie so. Wo ist eigentlich der Opa, Alter? Ich bin gestorben. Nein, der ist nicht weggekommen. Ah, da oben muss man, glaube ich, bleiben. Nein, das wusste ich nicht. Unser Kameramann ist schon nicht so flammend, ne? Der ist behindert und geistesgestört. Alter, ist der Bescheid, kann er ja nicht da hoch? Der ist auch schwer. Der ist geistesgestört. Das ist schwer. Ich schau dir, muss ich da nur Granatin werfen? Äh... Ich hoffe, ich muss da hinspielen. Ja. Nein, das ist so auf. Nein, nein. Ich muss hier irgendwo drauf. Ja! Endlich! Scheiße! Gewalt! Mama! Ja! Guck mal, mit deinem einen Fuß steht der drauf und sein anderer ist auf der Luft. Der ist so ein bisschen größer. Der ist wie der da. Der wird so wie ein Irrer. Der macht völlig scheiße. Mach mir dieses Wasser, das ist voller richtig viel. Ah, boah, ich hasse gleich aus. Guck, da komm. Da komm, richtig. ich habe das erste part an uns hilft mir schreibt in die kommentare wie es weiter geht ich komme nicht weiter mir ist so über langweilig Zuschauer, falls ihr es wissen wollt, wir machen pro Tag drei Videos. Also, wir machen auch nur Let's Plays, wir spielen die Spiele nicht 100%, aber durchspielen wir es schon. Ey, ich raste aus! Hilf mir! Ich hab sowieso kaum Schmerzen. Ey, kommt schon! Komm schon! Ich guck, ich hab so mal einen Kratzen gesehen. Mit Behinder kann man nur sein. Oder, bleib mal da drauf! Ich schwör als richtiger Honk. Ich schwör deine Bains. Da springen alles halt da drauf. Ich schwör als weiter, kann man nicht springen, ist klar. Ich baller gleich jeden das hier ab. Ja, ich weine gleich Riff. Ich weine gleich richtig heftig. Juni, sei nicht so ein bescheiter, der wenig spiel weiß. Oh, ich komm nicht weiter! Ich geh Türke, ne? Ja, ein richtig geiler Türke! Für Türken müssen hier weiter kommen. Türken Style immer geil! Mein Lieblingswort, falls ihr das erste Part nicht geguckt habt, von meinem Freund ist immer, Türken sind immer, Türken Style immer geil, ist von meinem Freund. Meine sind richtig geil, sag ich immer. Deine Knochen sind gleich gebrochen, wenn du das Video nicht anguckst. Sag ich fast immer auch. Aber meistens sag ich Türken Style immer geil. Aber meistens sag ich Türken Style immer geil. Ähm, ne. Fünf, und er hat irgendwie gesagt, er kommt zu. Und der hat sich das Video nicht anguckt. Da war es wichtig. Wie soll ich das Video aufmachen? Und was sagt, es ist das Video nicht so für einen stoodist? Ach, es war einfach nicht so, dass ich da war. und nicht diese musik ich hasse diese verdammte musik ich habe immer andere musik die ist viel hässlich das hört ihr aus dem wald ne es ist ja falls ihr fragt aus welchem wald entschuldigung dass wir das zeigen können ja wir haben ein bisschen offline gezockt ich schulde aber im hässlich ich schulde aber im hässlich ich schulde aber im hässlich ich schulde ich das wäre ich einfach übersteuert so die musik die musik die Der dritte Video kam, bis zum Sprechner kam. Schu muss gleich, schu muss gleich, schu muss gleich. Die Muri ist scheiße, Bro, ne? Okay, warte. Halt das mal ein bisschen. Hilfe, bitte hilfst du mir. Komm doch, hilfst du. Ich raste gleich aus, ja. Ey, bitte hilfst du mir, ey, okay, okay, jetzt reicht es. Kack, tschau. Deine Knochen sind gleich gebrochen. Wenn ihr mir nicht schreibt, schaut in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat und wie ich weiterkomme. Tschau.